Jo, es geht. Also was ich heute vorhabe, ist ein Ranking. Der gurkligsten Gebäude im Server. Ja, ich bin gespannt. Also, zunächst die Regeln. Das hier ist ein gurkliges Gebäude, aber es ist absichtlich so gebaut worden. Und deshalb werde ich das nicht zählen, obwohl es halt schon lustig aussieht. Lustigkeit ist immer ein wichtiger Faktor hierbei. Und das nächste Gebäude, also das hier, würde ich jetzt auch nicht mitzählen, weil das wurde ja auch absichtlich lustig gebaut. Gut. With that out of the way, zum ersten Gebäude. Das ist schon gurklig. Es ist halt irgendwie nie fertig gebaut worden. Es ist immer, wenn du dich 100, 100, 100 tp's... Jo, was ist das halt, Alter? Es ist halt schon... Keine Ahnung. So, als nächstes. Das Teil, Alter. Boah, ist das hässlich. Warum habe ich das gebaut und auch was der Jan da drum gebaut hat. Das ist geil, aber das macht es nicht gut, was ich da für eine Scheiße hingogogelt habe. Okay, zum nächsten. Alter, was hat ein Tiger sich dabei gedacht? Du hast da so Dreck mit so einer Leiter, so zwei Posten da. So gurkliges Ding da, Alter. Was ist das? Boah, das Ding ist auch nicht viel besser. Alter. Boah, das ist eigentlich noch schlimmer, Digga. Was ist das? Das ist schon fast ein Meme. Das ist ungewollt. Boah, lustig. Das nächste finde ich irgendwie geil. Es ist einfach aus Dreck gebaut worden. Warum hast du das aus Dreck gebaut? Dann ist es so lang gezogen und da fehlt einfach so die Schicht so außen oben. Das ist... Boah, was ist das, Alter? Ich glaube, das habe ich mal gebaut und wollte so minimalistisch so eine Kirsche bauen. Das sieht absolut scheiße aus. Digga, guck mal, was soll das sein? Boah, was ist das denn, Marc? Ne? Also es wäre so ein Standard-Corblestone-Gebäude gewesen, aber dann dieses Dach, Alter. Man hätte doch wenigstens irgendwie Stairs da reinbauen können. Ja, das sollte, glaube ich, irgendwie so ein modernes Gebäude sein oder sowas, aber... Boah, es sieht richtig scheiße aus, Mann. Ah. So, jetzt sind wir schon bei Platz 3 angelangt und ich finde, das ist ein würdiger Platz 3. Alter, da ist Dreck mit drin gebaut, so komisches Glas, Cobblestone, es sieht richtig kastig aus. Platz 2, Alter. Oh, shit, Junge. El Loco-Cactus. Es ist schon legendär. Es ist richtig gucklig und... Aber ich mag es irgendwie. Platz 1. Oh, shit, Digga. Ja, du hast es wahrscheinlich schon kommen sehen. Der Eiffelturm und diesen... Boah, richtig vergärbten Turm daneben. Was ist das, Alter? Boah, mach's weg.